Eine vollständig renovierte Vierzimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Berlin-Mitte. Die Immobilie wurde 1913 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche und einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 180 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 3430 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.